Die Entwicklungstheorie von Jerome Brunner basiert auf der Annahme, dass wir am besten lernen, wenn wir in einem dreistufigen Prozess vom Konkreten zum Abstrakten übergehen. Zuerst kommt das praktische Handeln, dann das Lernen mit Bildern und schließlich setzen die Schülerinnen und Schüler das Gelernte in Sprache um. Während der Lernphase greifen wir die zuvor gelernten Themen immer wieder auf, während die Lehrerinnen und Lehrer eine sorgfältig strukturierte Begleitung anbieten. Und es scheint zu funktionieren. In den 80er Jahren beschloss die Regierung von Singapur, keine ausländischen Lehrbücher mehr zu importieren und stattdessen den weltbesten Mathe-Lehrplan von Grund auf neu aufzubauen. Seitdem lernen die Einwohner Singapurs weniger Konzepte, dafür viel detaillierter. Sie folgen dabei Brunners Leitlinie. Bevor wir erfahren, wie gut das funktioniert hat, schauen wir uns jeden Schritt der Theorie an einem Beispiel an. Zuerst lernen wir durch N-aktive Darstellung. Dies geschieht durch praktische Erfahrungen, idealerweise mit Anwendungen aus der realen Welt. Um vier durch zwei zu teilen, lernen zwei Schülerinnen und Schüler, einen Kuchen in vier Stücke zu schneiden. So können beide je ein Stück jetzt essen und das andere mit nach Hause nehmen. Schritt zwei ist die ikonische oder bildliche Darstellung. Wir verbinden nun unsere Erinnerungen an das Erlebnis mit Bildern. Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, einen Kuchen zu zeichnen, der in vier Stücke geschnitten wurde. Zuletzt kommt die symbolische oder sprachliche Darstellung. Wir verwenden nun die Bilder, die wir zuvor verinnerlicht haben und verwandeln sie in abstrakte Sprache, wie etwa mathematische Symbole. Mit ein wenig Rückblick können wir das Problem leicht lösen. Diese letzte Phase wird auch als sprachbasiert bezeichnet, weil wir eigentlich nur die richtigen Worte und Symbole lernen, um unsere Gedanken auszudrücken. Das eigentliche mathematische Wissen wurde viel früher durch praktische Erfahrungen erworben. Brunner plädierte daher für die Verwendung eines Spiralkurrikulums mit kontinuierlicher Wiederholung der gleichen Grundgedanken. Das Curriculum besteht aus drei Merkmalen. Die Studierenden wiederholen in regelmäßigen Abständen dasselbe Thema. Die Komplexität des Themas nimmt mit jeder Überprüfung zu. Das Neugelernte hat eine Beziehung zum vorherig Gelernten. Lehrerinnen und Lehrer verwenden zudem Gerüste, einen von Brunner geprägten Begriff. Sie tun dies, indem sie Aktivitäten strukturieren, die auf dem vorhandenen Wissen der Schülerinnen und Schüler basieren und ihnen so helfen, das gewünschte Lernziel zu erreichen. Der Lehrer führt den Prozess zunächst vor, während der Schüler zuschaut. Dann darf es die Schülerin oder der Schüler versuchen. Die Lehrkraft nimmt sich zurück und bietet ihr oder ihm bei Bedarf Unterstützung und Feedback an. Übrigens, heute sind Singapurs Viert- und Achtklässler sowohl in Mathematik als auch in den Naturwissenschaften die weltbesten. Und Singapurs Mathematiklehrplan wird von Pädagogen aus der ganzen Welt kopiert. Jerome Brunner wurde 1915 blind in New York City geboren. Im Alter von zwei Jahren stellte die moderne Medizin sein Sehvermögen wieder her. Später revanchierte er sich dafür, indem er ein Pionier in der kognitiven Entwicklung wurde. Er glaubte, dass jedes Fach in einer intellektuell-ehrlichen Form jedem Kind in jedem Entwicklungsstadium gelehrt werden kann. Was hältst du von Brunners Theorie und seinem Vorschlag für besseres Lernen? Lernst du selbst auch so? Wenn nicht, gibt es deiner Meinung nach ein Thema, das man besser verstehen könnte, wenn man Brunners Ideen folgt? Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutsschools.com. Vielen Dank.